So, Mittwochmorgen, der 6.11., der Tag danach, der Day After. Man muss sagen, wir haben ein relativ klares Bild, aber da ich allein nicht ganz so durchblicke, habe ich mir gedacht, hey, Herr Eograaf von Christian Röhl, das sind doch die zwei, die eh wahrscheinlich sich die Nacht um die Ohren geschlagen haben, um das Wahlgeschehen USA zu beobachten. Und dementsprechend vielen Dank, dass ihr morgens da seid und hallo ihr zwei. Hallo, schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen, vielen Dank, dass ich wieder da sein durfte, nachdem wir uns ja vor vier Jahren an ähnlicher Stelle schon mal getroffen haben hier. Ja, das siehst du, du bist Wiederholungstäter. Also, bevor wir jetzt auf das mögliche Ergebnis ausgehen, wie war denn eure Nacht? Was habt ihr dann, wie habt ihr euch um die Ohren geschlagen? Naja, also ich habe mir die Nacht ab 2 Uhr um die Ohren geschlagen und habe dann CNN geschaut, wobei ich feststellen musste, man kann das gar nicht mehr so frei sehen. Also, ich habe dann erstmal noch ein Abonnement bei Waipu TV abgeschlossen. Also, ein bisschen was getan für Freenet oder auch nicht, wenn ich das Abonnement gleich wieder kündige. Also, du bist sehr früh aufgestanden um 2 Uhr? Genau, und dann dabei geblieben, weil es ja dann auch wirklich spannend wurde. Und als ich meinen Sohn in die Schule brachte, trat gerade Donald Trump vor seine Anhänger. Das heißt, das habe ich dann auf dem Fahrrad mit einem Ohr auch noch mitgehört. Holger, wie sieht deine Nacht aus? Hast du ein bisschen geschlafen? Ein bisschen, so zweieinhalb Stunden. Ich wollte ja, also eigentlich ist es ganz clever, was der Kollege Röhl gemacht hat. Ich wollte eigentlich die Nacht durchstreamen. Das hat dann leider technisch nicht funktioniert. Und dementsprechend habe ich dann, glaube ich, bis so 5 Uhr, 5.30 Uhr durchgehalten. Und bin dann ins Bett gegangen, als es im Prinzip schon ziemlich nach einem Ergebnis aussah. Wenngleich Pennsylvania damals noch nicht offiziell gecallt worden ist. So, alles ganz klar. Ziemlich offiziell. Was wir hier haben, ist auch bisher nur eine sehr starke Vermutung, eine nahe Hochrechnung. Aber an sich kann man schon mit einer relativen Wahrscheinlichkeit sagen, dass wir einen Gewinner und keine Gewinnerin der Jahrwahlen im 2024 haben. Sehe ich das richtig? Ja, man kann das so sagen. Und Gewinner heißt dann eben auch nicht nur die Präsidentschaft oder absehbar eine Mehrheit im Wahlmännergremium. Sondern es sieht momentan so aus, als wären Donald Trump anders als 2016. Auch das letztendlich ja technisch irrelevante, aber eben von der Legitimität der Präsidentschaft her durchaus als narrativ wichtige Popular Vote gewonnen hätte. Also tatsächlich insgesamt landesweit auch mehr Stimmen bekommen hat als Kamala Harris. Dazu sieht es danach aus, dass die Demokraten den Senat verloren haben. Sprich, dass wir dort eine republikanische Mehrheit bekommen, die auch nicht nur eine, sondern eher zwei Stimmen über den Durst sein könnte. Und im Repräsentantenhaus sieht es auch nicht so aus, als wenn die Republikaner ihre Mehrheit einbüßen würden. Insofern, es ist für Trump der größtmögliche Erfolg. Holger, du hast ja schon gesagt, wir unterhalten sich alle vier Jahre zu dem Thema hier zwei. Und ich glaube, alle vier Jahre wundern sich viele in Deutschland, wie funktioniert das Wahlsystem der Amis? Das ist ja komisch. Ich habe jetzt mal eine Grafik hier eingeblendet von der Seite, die du mir empfohlen hast, wo man halt sehen kann, die wählen erstmal ihre Wahlmänner. Und je nachdem, in welchem Bezirk, in welchem Land du wohnst, in welchem Country, ist deine Wahl, deine Stimme mehr wert, weil es mehr Wahlmänner gibt oder weniger. Und es gibt einfach Bereiche, Bundesstaaten, wo man halt ganz da sagen muss, die wählen immer blau oder immer rot. Und es gibt die berühmten Swing States, die halt mal so, mal so. Und da sind auch diese Swing States in etwas hellerem Rot angezeigt, aber in Rot angezeigt. Das heißt also, die sind zwar noch nicht durch, die Dunkelblauen und Dunkelroten, da weiß man genau, wer gewonnen hat. Aber diese Swing States, die sehen auch sehr, sehr, bis auf hier, bis auf Main, sieht alles sehr, sehr rot aus. Heißt das also, wurde da Trump in den Swing States durchaus unterschätzt und hat auch viel mehr Wähler mobilisieren können, als vielleicht im Vorfeld gedacht? Also zum Wahlsystem muss man dazu sagen, weil das oftmals in Deutschland dann so als antidemokratisch wahrgenommen wird. Hä, in einem Land ist meine Stimme weniger wert als in einem anderen Land am Ende. Sowas kennen wir in Deutschland auch. Im Bundesrat ist es ähnlich, die Stimme eines Saarländers, ich kenne da so einen ganz bekannten Saarländer, ist deutlich mehr wert im Bundesrat als die Stimme eines Baden-Württembergers oder eines Bayers. Auf europäischer Ebene im EU-Parlament ist es genauso, dass das quasi nicht ganz proportional mit den Landesgrößen jeweils ist, wie viel Sitze man im EU-Parlament hat. Also wir kennen das System, wenngleich das bei der Bundeskanzlerin sozusagen nicht so der Fall ist. Jetzt hast du Alaska als Swing State bezeichnet. Da muss ich direkt einspringen, dass in hell sind die Staaten, die noch nicht klar sind. Alaska ist definitiv kein Swing State. Ich glaube, das würde selbst Frau Harris überraschen, wenn sie Alaska am Ende doch noch gewinnen würde. Also wie Kollege Röltes schon gesagt hat, das sieht relativ eindeutig aus. Ganz formal ist es aber tatsächlich so, dass die offiziellen amtlichen Endergebnisse, da haben die Staaten noch ein paar Wochen Zeit. Dann wären die Wahlleute jeweils bestimmt, dann treffen sich die im Dezember. Die müssten theoretisch auch nicht den Präsidenten wählen, dem sie zugeschlagen sind. In der Hälfte der Bundesstaaten gibt es keine entsprechenden Gesetze. Und ausgezählt wird dann erst Anfang Januar. Das ist das, was wir beim letzten Mal etwas anders erlebt haben, als man es normalerweise kennt. Und die Sache ist aber eigentlich, eigentlich durch. Es gibt noch so ein paar theoretische Gedankenspiele. Vielleicht einen möchte ich mit auf den Weg geben. Jetzt lasst den Herrn Trump nur noch Alaska gewinnen. Dann hat er 270 Wahlleute. Frau Harris hat dann, müssten dann 200, ich kann so schlecht kopfrechnen, 68 sein. Wenn sie alles andere noch gewinnen würde, was schon sehr unwahrscheinlich ist, dann könnte quasi eine Person oder zwei im Electoral College das Wahlergebnis theoretisch noch drehen. Und es gab bei einigen führenden Demokraten noch so ein Gedankenspiel. Wenn sie das Repräsentantenhaus gewinnen würden, was noch nicht ganz klar ist, auch wenn es sehr gut für Herrn Trump aussieht, dann könnten die theoretisch, weil das paar Tage vor der offiziellen Auszählung des Electoral College im Kongress stattfindet, dann könnten die theoretisch vorher noch schnell Herrn Trump zu einem Insurrectionist erklären im Abgeordnetenhaus. Und dann dürfte er wohl wegen irgendeinem Zusatzartikel der Verfassung nicht Präsident werden. Das ist aber schon sehr unwahrscheinlich. Und sie haben auch nicht gesagt, dass sie das machen. Es gab ein paar führende Demokraten, die es nicht ganz ausschließen wollten. Wenn es eine unfaire Wahl sei. Aber ich glaube, das ist tatsächlich eine gute Nachricht, egal wo man politisch steht. Es gab jetzt eigentlich keine großartigen Vorwürfe von Unregelmäßigkeiten oder dergleichen. Jede Partei hat so ein eigenes Anwaltteam bereitstehen gehabt, die schnell in die Swing States reisen und da im Zweifelsfall irgendwelche Notdinge vor Gericht durchsetzen. Da gab es auch ein paar Vorfälle, aber jetzt keine irgendwie, die von einer Seite besonders groß betont oder hochgekocht worden sind. Also vermutlich relativ eindeutig alles. Und wie von Christian gerade angesprochen, es ist ja auch wirklich so, dass die Mehrzahl der Stimmen bisher auch beim Trump liegt. Auch das wird wahrscheinlich gegen so eine Aktion sprechen und versuchen, ihn irgendwie nochmal rauszudrücken. Weil auch hier muss man halt sagen, das Volk hat insgesamt, ja, nicht nur auf Bundesstaatebene, sondern auch, wenn man alle zählt, eine Mehrheit der Stimmen an Trump gegeben. Und die einzige Frage, die sich jetzt mir noch stellt, wie oft in der Geschichte... Wenn du mich da vielleicht noch einhaken lässt, was den Popular Vote betrifft, Kalifornien ist bisher nur so zur Hälfte ausgezählt. Das wird Frau Harris gewinnen, aber sie wird dadurch noch einige Millionen mehr Stimmen bekommen. Dementsprechend wird das wahrscheinlich im Moment, die Website zeigt, glaube ich, 47 gegen 51 an. Das wird noch enger werden, wenn gleich es eben danach aussieht, als wird Trump am Ende da die Nase vorn haben. Das ist immer der Grund, warum wir jetzt davon ausgehen, dass Trump die Nase vorn hat. Das ist einfach aktuell von aus dem Jahr 267 Wahlmänner. Aber Alaska, da kommen halt noch drei Wahlmänner dazu, oder Frauen, und wenn die dazukommen, dann hätten wir halt diese 270. Und eine Frage an euch beiden, gab es in der Geschichte schon Ergebnisse, wo man weiß, ah, das sind 270 Wahlmänner. Und es gab dann doch Abweichler, die nicht dem Präsidenten, Präsidentin gewählt, die Stimme gegeben haben, dem sie eigentlich zugeordnet waren. Gab es noch was in der Geschichte jemals? Also es gab Abweichler, aber es hat noch nie die Präsidentschaft quasi verändert. Das heißt also jetzt für uns, wir gehen mal davon aus, dass Donald Trump das Rennen gemacht hat. Erstmal das, ich glaube, das ist jetzt auch nichts Neues, das werden wir schon in vielen Medien jetzt gesehen haben, an diesem heutigen Mittwoch. Die Frage ist aber jetzt an euch beide, was heißt das jetzt? Er kann zum einen die nächsten zwei Jahre relativ gut durchregieren, ihr habt das schon gezeigt, Senat sieht gut aus, Repräsentantenhaus, konkret. Also er hat überall, sage ich mal, seine Männer positioniert, die Wahlen gewonnen und dementsprechend als Präsident konnte er zum Beispiel, glaube ich, relativ einfach Zölle erheben oder senken. Aber jetzt hat er noch viel, viel mehr Möglichkeiten, die durchaus umgesetzt werden könnten, oder? Ja, also zunächst mal hat er ja die Möglichkeit, seine personellen Vorstellungen recht einfach durchzudrücken, weil viele neu zu besetzende Stellen, und wir reden da wirklich über eine vierstellige Anzahl in der Administration, vom Senat bestätigt werden müssen. Das wäre ein Problem gewesen, wenn wir da einen solchen Split gehabt hätten, also beispielsweise republikanischer Präsident und demokratischer Senat. Aber das haben wir ja nicht. Das heißt also, er kann wirklich relativ zügig die Verwaltung, die entsprechenden Schaltstellen auch in den Bundesbehörden auf seine Linie bringen. Das hat er ja bereits vorher angekündigt. Und das ist etwas, was gerade mit Blick, also völlig abseits der Gesetzgebung zunächst mal, mit Blick auf die Exekutive, auf das, was sofort losgehen kann, sehr, sehr relevant ist. Das heißt also, darf ich zum Thema durchregieren vielleicht bloß sagen, jetzt ist es in den USA so, die Mehrheit im Senat reicht nicht aus. Für bestimmte Gesetzesvorhaben brauchst du eigentlich 60 Stimmen im Senat von 100, die würde er auf keinen Fall bekommen. Das heißt, es wird am Ende bei bestimmten Dingen auf Kompromisse rauslaufen müssen. Und praktischerweise steht das Thema Schuldenobergrenze, was ja alle paar Jahre immer aktiv wird, ab Januar, wann es dann genau aktuell wird, muss man ein bisschen rechnen, aber ab Januar wieder an. Das heißt, er wird relativ schnell auch die Demokraten im Senat benötigen. Für diese Themen, aber für die Bestätigung der Exekutiven, der Personalentscheidung, da braucht es erstmal nicht. Ja, und das ist ja das Erste, dass im Grunde sofort diese Regierungsübernahme sehr machtvoll erfolgen kann, wenn er das möchte. Das ist von den Verfassungsvätern auch für den Fall, dass alle Kammern des Parlaments plus Präsidentschaft in derselben Hand sind, eben immer noch an dieses System der Checks and Balances gibt mit den 60 Sitzen. Das ist natürlich ein wesentlicher Faktor. Wir werden eine Kompromisslinie da sehen. Die Frage ist, an welcher Stelle dann die Kompromisse gemacht werden. Und was wie miteinander verwoben wurde. Wir haben ja auch in der Vergangenheit schon gesehen, als wir den demokratischen Präsidenten hatten, der aber eben im Senat mit einer Hauchdünnmehrheit agiert hat, nur durch Kamala Harris als Vizepräsidentin und gegen ein republikanisches Repräsentantenhaus, dass wir eine Verknüpfung auch von Themen hatten, die teilweise gar nichts miteinander zu tun hatten. Dass also die Ukraine-Hilfe beispielsweise verbunden wurde mit innenpolitischen Geldausgaben. Solche Deals werden wir weiterhin dann sehen. Und die sind natürlich im Vorhinein schwierig einzuschätzen. Du hast gerade Jackson-Balance angesprochen, wo man auch ganz klar sagen muss, die Vergabe der Bundesrichterplätze ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Und hier hat man in den letzten Jahren ja schon festgestellt, da hat Trump in der vorigen Regierungszeit von ihm eine relativ gute Arbeit geleistet, weil da viele Gerichtsteile rauskommen, wo man sagen muss, die sind sehr freundlich ihm gesonnen gewesen. Also auch da hat er schon mal gute Vorarbeit geleistet, dass er wirklich insgesamt relativ ohne Probleme, ohne Gegenwind durchregieren können sollte. Auch von der Seite her? Also das Verfassungsgericht, das du anspielst, das ist natürlich schon so, dass jeder Präsident immer da Leute versucht zu ernennen, die ihm politisch nahe stehen. Es ist aber nicht so, dass das Verfassungsgericht ausschließlich für ihn geurteilt hat. Zum Beispiel explizit nach der letzten Präsidentschaftswahl hat er auch versucht, die vom Verfassungsgericht zu platzieren, die er gegen Biden verloren hat. Das hat das Verfassungsgericht abgelehnt. Dort wird sich wahrscheinlich nicht so viel verändern. Ich hatte witzigerweise vor unserer Sendung noch mal nachgeguckt. Die drei liberalen Richterinnen, die da noch drin sitzen, also die den Demokraten nahestehen, darf man nicht mit Christian Lindner liberal verwechseln, die sind alle noch relativ jung. Das heißt, er kann eigentlich nur einen neuen Verfassungsgerichter ernennen, wenn da jemand stirbt. Ich glaube, Sonja Sotomayor ist mit 70 die Älteste. Es ist jetzt eher unwahrscheinlich, dass da was die nächsten Jahre passiert. Was passieren könnte, ist, dass alte Republikanernahe Richter mit Absicht zum Beispiel zurücktreten, damit er da einen Jungen ernennen kann. Das ist im Wesentlichen was Ähnliches, was Herr Biden auch geschehen ist mit der Frau Ketani-Brown-Jackson. Ich meine wirklich den obersten Gerichtshof, der quasi... Ja genau, ich rede auch vom Verfassungsgericht, der Supreme Court. Ja, genau. Und ich meine, da sieht es ja schon mal für ihn dann auch ganz ordentlich aus. Jetzt ist die Frage, seine Politik ist ja stark in der Politik der Deregulierung. Einmal das, wofür auch durchaus steht, sehr amerikanisch nahe. Wenn wir jetzt sagen, wir sind Aktionäre von amerikanischen Unternehmen, jetzt weggesehen von weltpolitisch und weggesehen von allem anderes, wir sind ja ein Börsenkanal. Welchen Einfluss könnte dann seine Politik auf die Börsenkultur in den USA haben? Und ist es für uns als Aktionär vielleicht, ja, jetzt ist das Ergebnis, mit dem wir relativ zufrieden in die Zukunft schauen könnten? Das ist immer die Frage, auf welche Zeitschiene du schaust. Also wir haben in den letzten Wochen ja schon gesehen, dass die Börse etwas gemacht hat, was in der öffentlichen Wahrnehmung und bei den Demoskopen nicht so deutlich war. Nämlich es wurde ein Sieg von Trump mehr oder weniger in Anführungszeichen eingepreist. Und wir sehen ja auch an den ersten Indikationen heute Morgen, dass die Börse diesen Sieg von Trump mit der Perspektive Deregulierung, Steuersenkung bzw. Prolongation bereits existierender Steuersenkungen begrüßt. Das ist zunächst mal ja positiv auch für Aktionäre. Es gab ja noch eine ganze Reihe weiterer Themen, also beispielsweise, ob man die Capital Gain Tax nach unten dreht oder sogar möglicherweise abschafft. Es ist immer die Frage, was dann tatsächlich am Ende durchkommt. Aber von Seiten der Steuer her ist es zunächst mal positiv. Von Seiten der Deregulierung wird das an der Börse auch gefeiert. Man muss irgendwie ja auch dann aber den Preis des Ganzen sehen. Sprich, was heißt das, wenn wir eine weiter erodierende Einnahmeseite im Haushalt haben für die Zinsen? Was heißen die geplanten Zölle für die Inflation? Ist ja auch die Frage. Werden diese Zölle dann am Ende wirklich erhoben oder ist es nur eine Drohkulisse, um zu Deals zu kommen? Es ist schwierig, ja. Und es kann natürlich auch sein, dass wir zunächst an den Aktienmärkten Dinge bejubeln. Aber dass es dann in etwas längerer Perspektive doch deutliche Bremsspuren gibt. Sei es durch die Verschuldung, sei es durch die Inflation, die dann wieder eine Reaktion auf der Zinsseite zur Folge hätte. Oder auch einfach möglicherweise durch ein Überdrehen der Wirtschaft. Denn die Wirtschaft läuft ja schon recht gut. Und wenn man sie jetzt noch weiter anheizt, naja, da kann man sich vorstellen, irgendwann ist vielleicht auch ein bisschen viel. Holger, gerade das Thema Inflation und importierte Inflation durch Zölle ist ja klar. Wenn ich halt einen Zoll erhebe, werden die Produkte, die zwar einimportiert werden, teurer. Was dann wieder die Inflation anheizen kann. Aber eins von den Wahlversprechen war ja auch von Trump zu sagen, ja, wir versuchen die ganze Inflation wieder in den Griff zu kriegen, die Wirtschaft zu stärken. Ist es nicht irgendwie kontraproduktiv, einerseits jetzt schon Drohkulissen aufzubauen gegen Europa, gegen China und indirekt schon bereits mit Zollerhöhungen, ich glaube, China hat bis zu 60 Prozent für manche Produkte angesprochen, zu drohen. Andererseits aber zu sagen, aber die Inflation halte ich klein. Das heißt, dann dürfte ja alles im Land produziert werden. Es dürfte nichts mehr und auch keine Inflation importiert werden. Ist das wirklich so realistisch? Also bei diesem Inflationsthema würde ich ein bisschen aufpassen. Das hieß es auch schon in der ersten Präsidentschaft von Herrn Trump. Die Zölle, die er da erlassen hat, die werden alle Konsumentenpreisinflation erzeugen. Jetzt ist es schon so, dass man beobachtet hat, dass bestimmte Güter teurer geworden sind. Aber im breiten Inflationsmaß hast du eigentlich keinen Effekt dieser Zölle gesehen. Dementsprechend, jetzt muss man erst mal abwarten, was da am Ende kommt. Ich glaube, was sich schon unterscheidet zu der ersten Amtszeit von Herrn Trump, ist, dass mittlerweile die EU auch auf diese Zollschiene, vor allem gegen China, eingeschwenkt hat. Das hat ja Trump damals auch immer versucht, die EU auf seine Seite zu bekommen. Hat er nicht geschafft. Für Biden hat er das dann relativ locker hinbekommen. Das heißt, da hat sich schon grundsätzlich was verändert, dass jetzt nicht mehr alle nach Freihandel rufen, wie noch an der ersten Trump-Präsidentschaft. Nichtsdestotrotz, auf der Zinsseite siehst du interessanterweise eigentlich seit der Zinssenkung der Federal Reserve, der Notenbank, im September bereits steigende langfristige Zinsen. Weil anscheinend der Zinsmarkt genau dieses Thema mit dem Defizit zieht, der Staatsverschuldung. Herr Biden hat zum Beispiel das größte Staatsdefizit seit dem Zweiten Weltkrieg gefahren. Das zweitgrößte war direkt Herr Trump darunter und das drittgrößte Obama davor. Jetzt kann man sagen, Obama hatte noch Finanzkrise, Trump hatte Covid. Bei Biden wird es ein bisschen schwierig mit dem Argument, aber es wird sich vermutlich hier unter Trump jetzt auch nichts Großartiges ändern. Also er wird jetzt nicht irgendwie groß auf Fiskaldisziplin oder dergleichen achten. Das heißt, die Notenbank steht tatsächlich vor einer schwierigen Entscheidung, wie weit sie weiter mit den Zinssenkungen macht. Die trifft sich praktischerweise auch gerade, wird heute Abend ihre Entscheidung verkünden. 25 Basispunkte nach unten gilt als relativ sicher. Aber die Frage ist dann, wie geht die Trajektorie weiter? Und wir sollten vielleicht auch eines nochmal dabei berücksichtigen, dass die Notenbank ja zunächst das kurze Ende der Zinskurve kontrolliert. Während wir ja auch jetzt bei den zehnjährigen Anleihen, die ja eine wichtige Richtgröße sind für die internationalen Finanzmärkte, aber auch wichtig bei der Refinanzierung des Haushaltes, dass wir da bei 4,4 Prozent sind. Und diese Scherenentwicklung, die wir sehen, also ausgerechnet nach einer Zinssenkung am kurzen Ende wird gleichzeitig so die langfristige Prämie, die verlangt wird, um dieses Defizit weiter durchzufinanzieren, erhöht. Das ist schon ungünstig. Es gab eine Studie vor einigen Wochen von State Street dazu. Da ging es um die Frage, wer kauft denn eigentlich diese ganzen Anleihen und zu welchem Preis? Und da sah man einerseits, dass in den letzten Jahren der Anteil ausländischer Zentralbanken und Institutionen zurückgegangen ist unter den Gläubigern der USA, während wir stärkere Nachfrage aus dem Inland sehen. Und gleichzeitig geht State Street davon aus, dass über Sicht von fünf Jahre, wenn diese Defizite weiterhin sich so entwickeln, wie das momentan ja auch schon in den Projektionen drin ist, 95 Basispunkte Aufschlag zu implizieren auf das Zinsniveau. Einfach eine zusätzliche Prämie dafür, dass Investoren das weiter finanzieren. Und das bestätigt im Grunde das, was Holger sagt. Das wird ein immenser Spagat. Und wir sollten uns auch nochmal so diese magischen Punkte in der Volkswirtschaft vor Augen führen. Also es wird ja bisweilen der Eindruck erweckt von Trump, dass man eigentlich so alles hinkriegt. Ja, also Vollbeschäftigung, Industriearbeit wieder reinholen. Dann will man unbedingt die Wirtschaft wachsen lassen. Man will die Inflation im Zaum halten und am besten sollen die Zinsen dann auch sinken. Der Dollar, den hätte er am liebsten natürlich auch gerne weicher. Naja, also das wird dann alles ein bisschen viel und alles wird sich nicht realisieren lassen. Und in diesem ganzen Spannungsfeld kann es schon dazu kommen, dass wir dann erhebliche Volatilität auch sehen. Also auch gerade an den Zinsmärkten. Und weil du den Dollar angesprochen hast, der hat wahrscheinlich so über Nacht aus meiner Perspektive mit die krasseste Bewegung gemacht. Also wir sind so ungefähr 1,5 Prozent runter im Euro-Dollar-Kurs, was ein stärkerer Dollar bedeutet. Und dafür sorgt, dass Leute, die in der Eurozone sitzen, US-Aktien haben, allein auf dem Wechselkurs jetzt ganz roughly 1,5 Prozent schon mal ab sind. Zusätzlich zu dem, was die Aktienmärkte auch noch machen. Also der Dollar reagiert schon deutlich auf den wohl stattgefundenen Wahlsieg. Auch das Gold, aber nur in Euro. Ja, also beim Gold sehen wir den Gewinn durch den stärkeren Dollar, während das Gold ansonsten sich, ja man kann sagen, wahrscheinlich unbeeindruckt zeigt. Gerade auch mal, wenn wir jetzt auf den Bitcoin schauen, wo wir irgendwie in Dollar gerechnet 6 Prozent rauf sind. Weil Trump ein bisschen als der Bitcoin-Präsident gesehen wird. Sagt das nicht so laut, das ist eine andere Geschichte von Holger. Und da in Euro sind wir bei 8 Prozent plus sogar. Also da hat es natürlich eigentlich zum ganzen Kryptomarkt was getan. Weil natürlich ja auch die Hoffnung der Regulierung, ja. Die Hoffnung SSC, Gary Gensler hat immer wieder auch angedroht, hier einen Wechsel durchzuführen. Aber bevor wir zur SSC kommen, nochmal ganz kurz einen Schritt zu FED und einfach auch zum Thema Unabhängigkeit. Ja, der FED, weil wir haben ja schon gesehen, schon bereits vor den Wahlen hat Trump Aussagen getroffen wie, ja aber Zinssenkungen sollen gefälligst erst nach der Wahl durchgeführt werden und nicht davor. Also es ist ja immer eine Diskussion, ja wie unabhängig ist die FED eigentlich. Und jetzt einfach mal in eurer Runde, kann es sein, dass denn trotz allem durch die ganzen Neubesetzungen Herr Trump irgendwo eine Möglichkeit findet zu sagen, ja und in der FED, da positioniere ich auch jemanden, der sehr stark meine Meinung vertritt und auf mich hört und nicht einfach so schlecht ist und davor schon was macht. Also wie seht ihr die Unabhängigkeit der FED wirklich vor allem gegen Trump auf der anderen Seite, der da vielleicht gegenspielen möchte? Also was diese Unabhängigkeit der Notenbank betrifft, das ist natürlich so eine Geschichte. Grundsätzlich als jemand, der in der Opposition ist, da willst du natürlich nicht, dass der Notenbankchef noch Zinsen senkt vorher und vielleicht damit der aktuellen Regierung hilft. Sowas hat man zum Beispiel in Polen gesehen, wo der Notenbankchef jetzt auch nach dem Regierungswechsel von der neuen Regierung in Anführungszeichen ein bisschen verfolgt wird, rechtlich. Da hat sich Frau Lagarde schon äußern müssen, auch wenn Polen jetzt nicht im Euro ist und die Unabhängigkeit der Notenbank betont. Und Herr Trump hat tatsächlich gesagt, der Präsident solle doch bei Zinssenkungen ein Wörtchen mitzureden haben, aber die Notenbank sei natürlich unabhängig. Also dieses Unterdrucksetzen des Notenbankchefs, das wird es sicherlich geben, ist aber nicht unbedingt was, was nur speziell auf ihn gemünzt ist. Ich erinnere, letzten Dezember hatte Herr Powell, der Notenbankchef, Anfang Dezember noch gesagt, wir diskutieren nicht über Zinssenkungen. Dann hat eine Woche später Herr Biden gesagt, es braucht unbedingt Zinssenkungen. Nochmal eine Woche später sagte der Herr Powell plötzlich, ja, ja, wir haben auch schon drüber gesprochen, also Zinssenkungen nächstes Jahr, kann man weiter darüber reden. Also als Notenbankchef bist du eigentlich immer unter Druck von der jeweils aktuellen Regierung, dass du Dinge machst, die natürlich für die positiv ist. Und vielleicht sollten wir uns aber auch noch mal erinnern, wie das ganze Jahr so verlaufen ist mit Blick auf Zinssenkungen und Erwartungen von Zinssenkungen. Also wir hatten ja eigentlich alles, ja, wir hatten zeitweise mal die Erwartung von sechs Zinssenkungen, dann war es wieder mal nur eine, dann war es plötzlich dieser große Zinsschritt. Also wir hatten da ja schon ausreichend Volatilität in den Erwartungen drin, was sich ja dann auch entsprechend am Rentenmarkt in den Ausschlägen wiedergespiegelt hat. Und das wird uns treu bleiben, weil wir halt jetzt noch einen zusätzlichen Faktor mit Donald Trump da drin haben. Ja, vielleicht sollte man aber auch gerade da, wenn wir jetzt auch mal die Perspektive von Anlegern einnehmen, nicht ganz so kurzfristig auf jede einzelne Bewegung, jede einzelne Äußerung schauen. Zumindest dann, wenn man ansonsten eher entspannt anlegt, was weiß ich, ein MSCI World oder ein S&P 500 im Depot hat. Da kommen wir zu dem Thema, politische Börsen haben kurze Beine, ja, das ist ja so ein gerne verwendeter Spruch an der Börse, dass man einfach sagt, um den Zeitpunkt der Wahl, da macht man sich Gedanken, oh Gott, oh Gott, was passiert. Langfristig haben die Entscheidung, welcher Politiker der Macht eigentlich wirklich ist, nicht so großen Einfluss. Glaubt ihr, dieser Spruch hat jetzt auch bei dieser Wahl Gewicht weiterhin? Also mit Blick auf einzelne Wahlentscheidungen würde ich diesen Spruch immer noch unterschreiben. Allerdings sollte man schon bedenken, dass global die Politik spätestens mit der Corona-Pandemie auch ihren Gestaltungswillen und ihren Gestaltungsmut und Anspruch doch wiederentdeckt hat. Und insofern denke ich schon, dass generell geopolitische Entwicklungen stärker auch das beeinflussen, was Unternehmen tun dürfen oder nicht tun dürfen oder tun müssen. Also die Rolle der Politik ist wichtiger geworden. Alleine, wenn wir schon das Thema China anschauen mit auch diesen Exportbeschränkungen, das sind Themen, die wir uns vor zehn Jahren in dieser Form nicht hätten vorstellen können. Da waren wir sicherlich gerade in Europa noch in einer ganz anderen Denke. Insofern, ja, politische Börsen haben kurze Beine mit Blick auf das einzelne Ergebnis, aber was politisch passiert, ist schon relevant. Und gerade in dem Fall jetzt, wie bei Trump, wo wir eine doch sehr, sehr starke Deregulierungsagenda haben. Was davon am Ende dann wirklich umgesetzt wird, werden wir sehen, aber es ist ja ein ganz klarer Wille da zur Deregulierung, beispielsweise auch in der Energiebranche, wo Trump ja heute Morgen direkt nach seinem Sieg oder nachdem er seinen Sieg reklamiert hat, gesagt hat, dass das also für ihn eine Fokusbranche ist und dass man, please let me the black gold, ja, dass man ihm das lassen sollte und dass er das weiterentwickeln sollte. Und dieses Drill, Baby Drill, das wird sicherlich dafür sorgen, dass dieses Thema Energieunabhängigkeit der USA, Weiterentwicklung der USA zum Nettoenergieexporteur ganz oben auf der Agenda stehen wird und damit auch auf der Deregulierungsagenda. Eine Frage natürlich gerade zum Thema Regulierung und Deregulierung und auch im Bereich des Medientums, da kommt natürlich der Bogen ganz schnell zu Elon Musk. Wie seht ihr seine Rolle? Glaubt ihr wirklich, dass er zukünftig noch stärker, vielleicht sogar in die Politik eingreifen könnte? Ich meine grundsätzlich Deregulierung der Medien, Meinungsfreiheit, man hat ja gesehen, was nach der Übernahme von Ex bei ihm passiert ist. Erst wo er entlassen wurde, sind die Leute, die eben Hass und Hetze korrigieren oder verhindern sollten. Wie seht ihr seine Position in der zukünftigen möglichen Regierung? Ist es einfach nur ein lustiges Gerücht oder sagt er, vielleicht sucht mir der ein neues Hobby und wird, ich weiß nicht, irgendein Wirtschaftsminister? Also ich bin erstmal schockiert über Herrn Musk, nachdem ich jetzt erfahren habe, dass er nicht nur seine Unternehmen hat, dass er Wahlkampf für Trump gemacht hat, sondern dass er auch einer der 20 besten Diablo-Spieler weltweit ist. Also keine Ahnung, wo dieser Mensch die Zeit hernimmt, aber er hat ja schon durchblicken lassen, dass er auf jeden Fall sich an der kommenden Regierung beteiligen wird. Ich denke nicht, dass es im Rahmen eines Ministeramtes geschieht, sondern wie Sie schon angedeutet haben, Sie wollen ja dieses Department of Government Efficiency gründen, dem Musk angehören soll. Das kürze ich dann auch mit Doge ab, dementsprechend ist Dogecoin natürlich heute auch direkt im Plus und ich warte schon drauf, dass er, wie Memes das andeuten, mit einem Waschbecken ins weiße Haus einmaschiert. Ich werde den Post entsprechend von ihm auch gleich dazu zeigen, weil das habe ich gerade auch von mir, deswegen komme ich gerade zu dem Thema. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend und ich meine, er hat auch davor aktiv in den Wahlkampf eingegriffen mit Prämien für Wähler, die sich in die Wahlkampflisten eingetragen haben, was ja schon fraglich ist für ihn, aber definitiv. Also Gerichte haben gesagt, das ist fein. Mich hat es auch gewundert, aber ich kenne mich ja da wenig aus. Gerichte haben gesagt, das ist fein und keine Umgehung dieses Verbots, dass du Wähler eigentlich nicht für die Stimmabgabe bezahlen darfst. Wichtigste Frage noch am Schluss, ab wann geht es denn los? Also wann ist denn der Vereidigungstermin? Es ist ein Montag, der Montag, der 20. Januar. Da wird dann die Amtseinführung am Capitol Hill in Washington sein, wo dann der Präsident traditionell die Hand auf die Verfassung, auf die Bibel legt und dann auf die Verfassung schwört. Da wird natürlich die große Frage werden, die große Frage ist, wie viele Leute kommen da und sind es mehr oder weniger Leute als... Es werden die meisten ever in der Geschichte sein und es waren noch nie so viele Menschen auf einem Punkt. Aber vielleicht, die Witze sind jetzt vielleicht ein bisschen unangebracht, weil wenn wir schon hören, dass er durchaus sehr, sehr viele Stimmen vereinigt hat auf sich, muss man halt sagen, viele seiner Wähler wohnen halt irgendwo auf dem Land und kommen halt vielleicht nicht mehr nach Washington. Aber insgesamt fand ich es immer früher auch lustig, dass man sagt, da waren so wenig Leute. Aber wenn ich jetzt halt höre, die Wahlen wurden auch sehr stark personenbezogen, Wahlstimmen auf ihn vereint, da hat er ja durchaus auch mal das Anrecht zu sagen, ja die Mehrheit hat mich gewählt. Also das ist, finde ich mal ein anderes Ergebnis, als wir schon vor einigen Jahren gesehen haben. Also spannend wird vielleicht noch, aber das ist politisch natürlich völlig egal, ob er am Ende nochmal mehr Stimmen als Herr Biden im Jahr 2020 bekommt. Das waren 81 Millionen, er hatte damals 74 Millionen. Beide hatten damals so viele Stimmen wie noch nie ein Präsidentschaftskandidat in der Geschichte. Also die Wahlbeteiligung ist, glaube ich, auch extrem hochgeschossen. Mal gucken, ob er da rankommt. Im Moment ist er ja schon bei 71 Millionen Stimmen. So, 20. Vereinigung, 21. ist dann quasi Ukraine-Krieg vorbei. Und wie schnell kann er theoretisch neue Gesetze, neue Erlasse und neue Zölle erheben? Also wie schnell danach gibt es wirklich Erlasse kann er sofort erheben und in den Bereichen, in denen es ihm gestattet ist. Und ich meine mich auch erinnern zu können, dass er nach der ersten Amtseinführung Anfang 2017 gleich ein paar Menschen hinter sich im Oval Office versammelt hat und die ersten Dekrete unterschrieben hat. Und diese Signalwirkung, die wird er sich auch jetzt nicht nehmen lassen, sprich sofort zu demonstrieren, wir verlieren keine Zeit, wir packen an. Die Überraschung wird dann sein, was dann alles per Dekret entschieden wird und inwieweit diese Dekrete wirklich dann komplett auch schon so umgesetzt werden müssen. Aber man sollte sich da keine Illusionen machen. Anders als 2016 war die Trump-Kampagne dieses Mal auf einen Sieg durchaus vorbereitet. 2016 haben die ja selber nicht geglaubt, lange Zeit, dass das überhaupt erfolgreich sein kann und dass es nicht nur eine Medienkampagne ist. Aber jetzt ist diese Bewegung unterfüttert, auch personell, auch strukturell. Das heißt also, diese extrem chaotische Amtsübernahme, die man 2017 dann gesehen hat, wo viele Stellen dann auch mangels geeigneter Bewerber gar nicht besetzt waren, wo dann Leute durchgecastet wurden, die dann auch relativ kurz nur amtiert haben. Ich erinnere an Anthony Scaramucci, der glaube ich für acht Tage dann als Hedgefund-Manager-Kommunikationschef des Weißen Hauses war und dann wieder zurückgegangen ist. Also da sollten wir nicht dran glauben, dass es dieses Mal ähnlich chaotisch laufen wird. Die sind deutlich besser vorbereitet. Es wird wahrscheinlich losgehen. Ich glaube, soweit kann man sich wahrscheinlich schon aus dem Fenster lehnen. Herr Biden hatte damals ja auch direkt am ersten Tag sich im Weißen Haus versammelt und unterschrieben. Das wird sicherlich jetzt auch passieren. Und ich denke, das Thema Mexikogrenze wird das sein, was Sie als erstes angehen. Das war ja neben Inflation und Abtreibung eines der wichtigsten Wahlkampfthemen, wenn man die Bürger gefragt hat. Und da würde er wohl einfach das, was er quasi früher eingesetzt hat und Herr Biden dann per Dekret ausgesetzt hat, einfach wieder per Dekret einsetzen. Ob das jetzt wirklich viel Effekt kurzfristig hat, ist genau das, was Christian gesagt hat. Wie viel dann wirklich umgesetzt wird nach so einem Dekret und wie schnell das umgesetzt wird, das ist eine ganz andere Geschichte. Ich denke, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den Holger dort anspricht. Was hat eigentlich diese Wahl entschieden? Weil hier so aus der europäischen Perspektive hat man ja häufig den Eindruck, gerade auch in den Medien, der Kommentar ist so. Also wie kann das nur sein, warum ist das nicht 85 zu 15 ausgegangen zugunsten von Kamala Harris? Wie kann das sein, dass Trump hier gewonnen hat? Man muss sehr klar feststellen, dass er einen Wahlkampf geführt hat, fokussiert auf die Themen, die den Menschen in den Staaten, wo er Stimmen brauchte, wo er Staaten auch umdrehen musste, die Biden vorher gewonnen hat, die den Menschen auf den Nägeln brennen. Und das sind eben im Wesentlichen Inflation und Migration und es ist halt nicht gelungen, Kamala Harris irgendwie zu kommunizieren, dass es Amerika eigentlich sehr, sehr gut geht. Ja, es bleibt die Erinnerung an die Inflation und wir hatten 1992, als Bill Clinton dem Vater Bush das Weiße Haus dann doch auf den letzten Meter noch abgenommen hat. Nachdem Bush ja schon nach diesem erfolgreichen ersten Golfkrieg lange als der sichere Sieger aussah, gab es einen Spruch, it's the economy stupid. Ja, und wir haben jetzt hier ein bisschen diese Situation, dass man es auf den Nenner bringen kann, ist die Inflation stupid und it's Migration stupid. Ja, das sind die beiden Themen, die hat Trump adressiert. Da hat er den Menschen zumindest das Gefühl gegeben, dass er in der Lage ist, diese Themen besser zu adressieren als Kamala Harris, die eben auch unter der Bürde litt, dass sie vier Jahre lang in der Biden-Administration als Nummer zwei gearbeitet hat. Und viel Wahlkampf von Kamala Harris war eben gegen Trump und nicht für ihre Themen, die sie gebracht hat. Und wie du schon gesagt hast, viele fragten sich natürlich auch, wenn du das tun willst, warum hast du nicht jetzt schon bereits in deiner aktuellen Periode dafür gesorgt, einige Sachen davon anzugreifen? Und ich glaube, da hat es einfach einen recht schweren Start davon gehabt. Unter uns, glaubt ihr, Herr Biden hätte irgendwie besser abschließen können? Nein, definitiv nicht. Also unter Biden wäre das Ergebnis meiner Ansicht nach gerade nach diesem einen TV-Duell ein Desaster geworden, weil man einfach auch die Frage gestellt hat, ist er rein physisch, rein mental in der Lage zu führen? So, ich würde sagen, es wird auf jeden Fall spannend, vor allem für uns weltwirtschaftlich natürlich, Ukraine-Krise, wirtschaftliche Bereiche, Zölle, also auch unabhängig von der Börse wird sich einiges tun. Ich würde aber einfach mal sagen, wir haren der Dinge, die da kommen, weil ändern kann man es nicht. Und im Nachhinein sieht man oft viele Sachen klarer. Und was ich schön fand, Christian, von dir die Ansprache, dass wir aus Deutschland uns vielleicht auch nicht immer, auch wenn ich mir selber das Gefühl gebe, ja, ich hätte es vielleicht ganz anders gemacht, aber wir können uns halt schwer in das amerikanische Volk reinversetzen. Und da muss man halt für jeden auch ein bisschen Toleranz fürs Wahlergebnis einfach fordern. Das ist Demokratie und diesmal wirklich eine Reinkultur. Ja, man kann nicht so lange wählen, bis das rauskommt, was man gerne in Deutschland hätte. Und ich spreche das ja auch im Podcast mit Horst von Butler immer gerne aus. Und der Horst rollt dann immer mit den Augen, aber auch mit Blick auf die USA kann ich wieder nur das Kölsche Grundgesetz zitieren. Ja, da habe ich ja auch schon mal einen Vortrag auf der Invest gemacht, den man bei der Börse Stuttgart abrufen kann auf YouTube. Also es ist immer noch gut gegangen und ich glaube, es wird auch weiterhin gut gehen. Es wird immer Rumpeleien geben. Aber es heißt ja auch nicht, wenn man sagt, es hat noch immer jodje jange, dass man jetzt Risiken ausblendet. Ganz und gar nicht. Aber es hat noch immer jodje jange reflektiert, einfach so einen gewissen Basis-Optimismus, den man ja auch braucht. Weil wenn wir ihn nicht hätten, diesen Basis-Optimismus, dann wären wir ja keine Aktionäre, sondern dann wären wir Prepper. Ja, wobei du kannst ja sagen, ich kaufe Aktien, weil ich glaube, die Währung geht den Berg runter. Und deswegen muss ich irgendwas haben, was noch halbwegs beständig ist. Aber ich stimme dir absolut zu, wenn gleich ihr Statistiker natürlich sagt, dieser Spruch, es ist schon immer gut gegangen, den kannst du natürlich nur sagen, weil es immer gut gegangen ist. Aber wenn es schlecht gegangen wäre, dann wäre es dann nicht mehr da. Dementsprechend klassischer Survivorship-Bias. Und in deutschen Landtagswahlen kennt man das ja eigentlich nur zu gut. Wir lassen so oft wählen, bis das rauskommt, was wir brauchen. Aber ansonsten vollste Zustimmung natürlich. Die Amerikaner wählen halt nur alle vier Jahre und dazwischen müssen sie mit dem klarkommen, was sie gewählt haben. Und in zwei Jahren gäbe es ja dann wieder zumindest die Chance, das bei den Midterms nachzujustieren. Da haben wir ja häufig gesehen, dass man dem amtierenden Präsidenten eine Ohrfeige erteilt. Das war ja witzigerweise auch beim letzten Mal anders. Auch da müssen wir uns ja nochmal dran erinnern. Dann 2022 nach diesen Midterms, bei denen ja viele Kandidaten aus dem Trump-Lager durchgefallen sind, sondern wenn Republikaner Mandate errungen haben, waren das eher so die Moderateren in der Breite. Da war Trump eigentlich erledigt. Ja, man hat gesagt, okay, jetzt kommt irgendwie DeSantis oder Nikki Haley und so. Und da muss man sagen, Trump ist irgendwie das Comeback-Kit der amerikanischen Politik. Und weil du die Zwischenwahlen ansprichst, interessanterweise gibt es ja Statistiken, dass der Markt am besten performt, wenn die Regierung blockiert ist, also wenn es einen Split-Kongress gibt. Dementsprechend, ja, ob die zu valide sind, sei mal dahingestellt, weil die Zeithintergründe nicht homogen sind. Aber dementsprechend kann man vielleicht darauf hoffen, dass es dann im Abgeordnetenhaus dreht und der Markt noch weiter steigt, wie er witzigerweise ab 2022 auch getan hat. Das war ziemlich genau das lokale Lob. Ich würde sagen, spätestens in vier Jahren, in gleichen Konstellationen, würde ich mich freuen, wenn wir wieder die Zeit dazu finden. Und Christian, vielleicht kriege ich es bis dahin auch noch live. Weiß ich nicht, ob das Sinn macht. Nee, nee, ich habe in der Presse gelesen, dass es in vier Jahren keine Wahl mehr gibt, wenn der Trump gewinnt. Also ich glaube, das war es jetzt. Das ist abgesagt. Brauchen wir uns immer treffen. Wo ihr auf jeden Fall dabei sein solltet, zumindest Christian ist dabei am 20. November. Wir haben hier eine digitale Blogger-Lounge, wo wir ganz viele Gäste haben. Heute ist zum Beispiel zu Gast, nächste Woche Lisa Osada. Der Herr Goldkraft hat leider keine Zeit gehabt, aber er hat eine gute Ausrede. Die zieht, da bin ich absolut dabei, vielleicht nächstes Mal. Ich packe unten auch einen Link rein, melde euch an. Es gibt auch jede Menge Preise zu gewinnen für die Anmeldung. Und am Schluss gibt es auch noch ein Quiz, digitale Blogger-Lounge, ein Quiz. Schlagt den Blogger am 12.12. Das ist noch kurz eine eigene Werbung in eigener Sache. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht und vielleicht ja doch in vier Jahren. Wenn nicht, dann wissen wir wenigstens in vier Jahren, wer Präsident ist und bleibt. Und ja, auch einfach dann. Schönen Tag noch zusammen. Ciao. Ciao.